Hallo liebe Zuschauer, heute möchte ich euch einmal zeigen, wie ihr eure Kamera wasserdicht bekommt, was ihr dazu braucht, die Kamera, das doppelseitiges Klebeband und ein handelsübliches Gurkenglas bzw. Würstchenglas. Am besten nehmt ihr das doppelseitige Klebeband, klebt dieses an eure Kamera, zieht die eine Seite ab und fixiert es nun an den Boden des Gurkenglases. Das klebt ganz gut, wenn dieses dann fixiert ist, wichtig bevor ihr den Deckel anschraubt, dass ihr die Videofunktion einschaltet und den Deckel gut verschraubt. Ja, das war's auch schon. Und dann bekommt man auch sehr schöne Aufnahmen wie diese hier.